Toys Toys Mach uns bitte mal die Besten raus Jetzt nur ein kleines Baumhäuschen Haben wir dann bauen Können Sie mir vielleicht bei den Tin Fischtenbogen helfen? Zweiter Stock und... Ich glaube nicht Wir machen ganz hoch Fuuuuh Und das ist quasi die Stern-Gucker-Lounge Nein, das ist der Spannerbaum Der Spannerbaum Ja, weil von hier hat man jedes einzelne Haus im Blick Ok Quasi das Highlight an dieser Sauber Gut Der war wirklich jedes Haus im Blick Hehehe Ähm, Max? Ja? Für 2 Gold Gebe ich dir 2 Tintensäcke von Tintenfisch Ähm, die Tintensäcke kommen irgendwie von dem Fisch Ja, aber da muss ich ja keinen suchen Ja, 2 Gold ist mir viel zu wertvoll So, kurz den Zug weiter Mach es doch Ähm, wer hat hier mit Eier rumhantiert? Ähm, wo? Bitte mal Getreide Boah, ich glaube, wir müssen die Aufnahmeklammer unterbrechen Das leckt hier wie blöd So Eier, Eier, wir brauchen Eier Äh, was geht Hallo? Hallo, ich hab gesagt, du sollst hier keine Wolle mehr holen Ja, wer will dich sonst das Haus fertig bauen? Ist mir egal, ich hab gesagt, nein, dann ist nein Eben zusammen in einer Organisation heißt Das ist mir Wurscht Und aufs Verband Was für Wolle brauchst du denn? Was für Wolle brauchst du denn? Äh, jegliche Art von Wolle Welche Farbe? Äh, die Wurst Wie? Ich werde nur mal gucken, wie das Haus läuft Und außerdem, äh, wie gesagt, hab ich 50% der Krise Da haben wir vereinbart Nein Die Vereinbarung ist somit aufgelöst Wir haben ein Schaf zurück Ja, dann nimm dir ein Schaf Und zurück Und Viel Glück dabei Lass mal bei Gelegenheit ab Good luck and have fun Genau Tintenfisch Hast du grad Tintenfisch gesagt? Nein Ein Tintenfisch Bist du dir da ganz sicher? Ich hab da Ja Ja Übrigens, ich hätte noch 3 Binnenseckeln Ja, sorry, ich hab's grad erst gesehen Also ich hab noch 7, aber ich hab dir ja meinen Preis genannt Ja, bei mir gibt's die umsonst Weil ich so nett bin Bist du? Bigfoot und Nett, das wär mal das Neues Ja Ja Brudel, das nennt man den Verb der Freundschaft Hauptsache ein Dings, die Schafen gegeben Die Wolle Und mit 50% Ja Brauch' nie wieder Hanno, ich hab dir gedacht, du sollst jetzt keine mehr holen Mittlerweile bist du nur noch bei mir Das war so gemeint Aber Recht auf Ne, nix recht auf Das ist immer in meinem Grundstück Da kannst du nur sagen, was hier passiert Aber nein So, liebe Zuhörer, hört gut zu Minecraft verbindet Wie gut, wie auch in schlechten Zeiten Man fetzt sich oder hat sich gern Hehehe Und noch eine Weisheit, traue niemals an den Bigfoot Ja, das sind nämlich ganz böse Buben Ja, die sind ja eh vom Aussterben bedroht Ja, das... also mittlerweile nicht mehr Was, gibt's denn schon mehrere von der Art? Ja klar Hütten bevor es Eier legt Was? Hütten bevor es Eier legt Ich hab' kein 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 Eier legt Und was ist, wenn's zu spät ist? Das Schafe, seid ihr irgendwie doof? Hey Schaf! Außer wem kannst du... Oh, lass doch das Schaf da drinnen hängen Wir nehmen doch einfach hier aus meiner Kästewolle Hallo Kannst du dich auch weiterhin dran bedienen Und nicht, dass du mir hier alles mitnimmst? Na gut Dann eben so Ah! So! Ja! Ey Schaf, bist du irgendwie verblödet oder so? Du erwartest jetzt wirklich ne Antwort vom Schaf, oder? Ey! Hintensack! Was hast du für's Buch für mich? Ganz normales Nein! Dann nimm ich's nicht! Ja okay, ist eigentlich egal Okay Bin ich hier irgendwo ein Schaf in deine Bude hier gerannt? Ach, da ist ja хотя... ähm... Da hättest aber auch gleich ins Lager gehen können, ne... Aber aaa... Kommt doch mit! Weil du siehst, zubal du das fütterst, folgt es dir nicht mehr. Doch. Ich hab'n Huhn hier. Das ist schon sehr scheiße. Achso. Ja, ja. Uhhh. Achso. Eine gute Farm. Ähm, ich will ja nix sagen, aber mit deinen Scharf kannst du relativ wenig anfangen. Denkst du, was ich grad mach? Enderman, Enderman, Enderman. Da haben wir zwei Hütten. Ich komm da nicht rein. Oh, oh, Creepern am Schneehaus, Creepern am Schneehaus. Ich komm da nicht ran. Ich bin vorher tot. Warte, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich klapp ihn raus. Oh, 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 oh. Wo ist der Enderman? Der ist beim kleinen Max, deinem Haus oben. Also von hinten ran, hinter deinem Haus, da hoch. Ja, okay, ich komme. Oh, oh. Oh, oh. Ich dachte, dass du einfach einen Fahrstuhl bauen, aber nee. In ein Loch gefallen. Kann ein bisschen später kommen. Ähm. 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 Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Der teleportiert sich grad die ganze Zeit. Jetzt ist der da drüben. Hä? Der war doch grad hier. Ey. Gelett. Äh. Zombie. Wo ist denn der jetzt hin? Die Brücke von Hendrik, die ist ein bisschen unpraktisch. Man gelangt nämlich durch die nicht irgendwie zu der Wüste. Ja, ich weiß. Voll unpraktisch, Alter. War richtig. Hä, wo ist denn der Enderman jetzt hin? Verdammt nochmal. Ich such kein Enten. Ich such kein Enten, Mann. Ich such kein Enten, Mann. Hahaha. Ich hab hier ruhig mal Sand gebrochen. Oh, das ist eine Spinne. Da reitet ein Skelett auf einer Spinne. Echt jetzt? Ja. Komm direkt auf mich zu. Warte, warte ich mich sehen. Aua. Geheil dich, der schießt auf mich. Das gibt's ja seit neuestem. Das gibt's schon seit immer. Du bist jetzt in den Felden. Ja. Dort hinten, äh, arbeitet sich was durch die Wüte. Ja, das ist die Ente. Die macht ihren Brustplatz dadurch. Nee, ich stell, ähm, ich suche mir hier grad Sand zusammen, damit ich TNT finden kann. Hexe! Hexe! Achtung! Achtung! Hexe! 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 Wo ist denn der Hexe? Wo ist denn der Hexe? Da läuft grad was zu mir schnell. Dann hinterher. Wo ist denn der Hexe? Okay, sorry. Sie hat mich vergiftet, sie hat mich vergiftet. Sie hat mich vergiftet, sie hat mich vergiftet. Ich hab's grad gemacht. Ich hab's grad gemacht. Zombie bei Hendrix Samhaas. Ich hab's grad gemacht. Ich sterb grade, ich sterb grade, ich sterb grade, scheiße. Max, da kommt ein Zombie. So, ey. Hey, hör das jetzt nochmal aus, ich sterb mich jetzt da. Ich sterb mich jetzt da. Lalalalalala. Hast du was zum Essen dabei? Ich sterb jetzt. Nee, ich sterb. Oh. Halbes erst, halbes erst, halbes erst. Brauch ich was zum Essen, ich hab was dabei. Ne, 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 ich hab 27 gebrannt. Hey Leute, der Zombie wäre erledigt. Yay. Ja, der war genau an der Stelle, weil... Ich hab mir ja schon überlegt. Alter, wie fett einfach von hier oben diesen Sonnenaufgang zu wirken. Hexen, 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 Hexen. Immer noch, wo? Ne, das ist nicht immer noch, das ist ne Neue. Die kommt direkt auf mich zu. Hier in der Wüste, schnell, beeil dich, beeil dich, ich kann nicht abbauen. Irgendwas kommt nicht. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Alter, die verfolgt mich, die verfolgt mich. Ja, die ist aber die Hexe. Ja, irgendwas. Ich bin doch nicht Hänsel oder Gretel, mein Gott. Achter, ich sehe sie. Sie ist tot, sie ist tot. Jawohl. Jetzt hast du dich gerecht. Ja. Alter, was ist denn hier los? Ich bin Hänsel, du bist Gretel. Du mich auch. Vor allem, ich bin Unheld. Ich hatte die ganze Zeit einen Haltungsprank bei mir. Du bist ein totaler Held. Das ein Level zu riskieren, hätte ich schon längst als den Drang schlucken können. Hat schlucken gesagt. So, ich brauche nur noch 6 Level. Ah, er hat 6 gesagt. Und dann bin ich schon wieder 30. Dann ab in den Nähtag mit dir. Ja, du mich auch. Ich wäre schon lang 30, wenn ich nicht immer am Nähtag gewesen wäre. Ja, du denkst dich nicht. Okay. Du verführst mich ja schnell nicht dazu. Oh, scharfe Wolle. Dankeschön. Wo ist ein Schaf? Was ist ein Schaf? Was baust du denn jetzt da oben? Keine Ahnung, Langeweile. Jo, ey, Gordel, komm mal zurück. Dank für die Welt. Was für die Welt? Sand. Und Steine. Verrottetes Fleisch, yeah. Okay, alles meins. Dankeschön. Zwei Strecke. Zwei Strecke sind noch im Angebot. Na gut, dankeschön. Doch für die ganze Welt, aber egal. Ich bin die ganze Welt. So ein idiotisches Schaf. Hast du schon mal intelligente Schafe gesehen? Aber das springt schon freiwillig von der Klippe. Geronimo. Der hat gesagt, du hast überlebt. Ja, falsch gedacht. Rücken die Moneten raus. Rücken die Moneten raus. Hey. Grügelei. Hau! Nein! Hau! Alter! Du haust mich tatsächlich? Nein! Du schaust gar nicht! Guck mal, ich leg dich übers Knie, guck mal, ich hab nen Rausstocksparad. Ihhh, einfach Ihhh. Sag ich mal. Aua! Juhu, ich hab keine Rüstung. Äh? Jede Rüstung geht übel schnell kaputt, weil deswegen, äh... Äh, will ich gar nicht. Ich weiß im Grunde, wie ich grad verkloppt hat. Ach, ja, ach, ja, ach, ja. Huch. Schöpst du, zweit und dreit, keine Schaffe mehr? Ja, es gibt nur noch welche bei Kriegfurt. Tja. Ich hab ein Schaf gefunden. Ach, das ist ein Wolf, okay. Das war der Wolf ein Schafspelz. Und, Max, was ich Dorf zu suche? Ich helfe dir bei der Schafsuche. Zwei Ochsen suchen ein Schaf. Bild wieder kurz weg. Ruhig besagt, von der hat selbst Schmerz bekommen. Was überhaupt nicht gedacht? Wie geht das an? Ich gehe nicht, ich sage jetzt nichts. Was da wohl rauskommt, wenn man ein grünes und ein schwarzes Schaf paart? Ein schwarzes Schaf, ja? Ein schwarzes Schaf, ja? Boah, geil! Yay! So eigentlich? So, aber verschieden, schwarz oder grün. Ein Schwün. Anu heisst es, so wie es aussieht, gibt es gar keine Tiere mehr. Wie gesagt? Gibt nur noch welche bei Gordel. Ah, bei mir gibt es keine Schweine, bei mir gibt es Schweine. Bei Gordel. Bei Gordel gibt es Schweine. Und beim Gordel. Wer nennt mich Schwein? Bei Gordel. Also Gordel, ne, auch Schafe. Hatte er, bis sie nicht mehr da waren. Also ich glaube, ich habe damit nichts zu tun. Bin mir aber noch nicht sicher. Ja. Musch dich noch erst entscheiden, oder wie? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht. Warst du entscheiden, oder du hast nichts damit zu tun? Ich habe nichts damit zu tun. Also darum musst du dich jetzt entscheiden. Ja. Ähm, meinst du verwirrst mich? Ich glaube nicht. Dass ich das noch schaffe. Nee, das geht gar nicht. Ja, ich habe dein... Dein, ähm... Bei Gordel, ich habe deinen Schafswolf gefunden. Äh, kann nicht sein, weil den habe ich gekillt. Ich habe eben noch anderen was gefunden. Den Wolf im Schafspelz. Den Wolf im Schafspelz. Den Schwolf. Oder n Warf. Will ich auch mal haben. Ja. Jetzt, wenn wir uns mal die Folgen beenden. Nee, es macht gerade so viel Spaß. Irgendwie. Wir haben nur deine Geschwindigkeit dran geschluckt. Wer? Du! Nee, warum? Sagst du, als würdest du wie Speedy Gonzales langtischen. Ich habe die normale Geschwindigkeit. Speedo 0.